Hallo, ich habe heute eine Rezension für euch und zwar von Michael Kirchka, Zweite Generation, was ich meinem Vater nie gesagt habe. Das ist eine Graphic Novel, erschienen bei Egmont Graphic Novel. Ja, und diese Graphic Novel wurde mir freundlicherweise zu Rezensionszwecken vom Verlag zur Verfügung gestellt. Es ist ein Hardcover, was ich ziemlich schön finde. Hat 111 Seiten, alles schwarz-weiß und kostet 19,99 Euro innen drin. Also diesen Motiv hat es sowohl vorne als auch hinten. Und die einzelnen Kapitel haben so ein schönes, graues, schlichtes Kapiteldeckblatt. Wie man sicherlich an der Mütze, auf der der Mensch-Eck steht und auch am Hintergrund erkennen kann, befasst sich diese Graphic Novel mit dem Thema Nationalsozialismus, mit dem Thema Holocaust, beziehungsweise wie es, ich glaube, Jiddisch heißt, Soha. Die Graphic Novel ist biografisch, sprich Michael Kirchka behandelt hier drin seine Geschichte, beziehungsweise die Geschichte seines Vaters, seiner Familie und was für einen Einfluss auch nach Kriegsende der Holocaust noch auf die Familie hat. Damit grenzt sich es ein bisschen ab von der allseits bekannten Maus von Art Spiegelman. Denn die Maus behandelt ja hauptsächlich die Geschehnisse während der NS-Zeit. Ja, und dieses Buch behandelt ausschließlich die Geschehnisse nach der NS-Zeit. Michael Kirchka ist in Brüssel groß geworden, zusammen mit seiner Familie. Er hat drei Geschwister. Sein Vater war in Auschwitz gewesen und später auch in Buchenwald. Und er erzählt so ein bisschen, was dieses eben nicht darüber sprechen, was passiert ist, lange, lange Zeit mit seiner Familie gemacht hat, was es mit ihm gemacht hat, beziehungsweise was dann passiert ist, als sein Vater angefangen hat, über die Geschehnisse zu sprechen, wie sich das Familienverhältnis verändert hat und vor allen Dingen, was für einen Einfluss der Holocaust auch noch lange nach seinem Ende auf die Familie hatte, beziehungsweise hat. Interessant finde ich, dass in diesem Buch auch diese Graphic Novel erwähnt wird. In zwei, drei Zeichnungen sieht man ein Poster von der Maus von Art Spiegelman im Hintergrund. Und es wird auch erwähnt quasi, dass Michael Kirchka die Maus gelesen hat von Art Spiegelman und sich daraufhin inspiriert hat und ebenfalls in Comic-Graphic-Novel-Form sein Erlebtes berichten wollte. Ich persönlich mag den Zeichenstil sehr, sehr gerne in dieser Graphic-Novel. So was Leichtes, aber trotzdem etwas, womit sehr, sehr viele Emotionen rübergebracht werden. Ja, die Geschichte an sich mochte ich auch, wobei ich irgendwie das Ende, glaube ich, nicht verstanden habe. Beziehungsweise mit dem Ende nicht ganz so viel anfangen kann. Vielleicht legt sich das, wenn ich es noch zwei, dreimal gelesen habe. Vielleicht ist das Ende aber auch einfach komisch. Was ich aber nicht schlimm finde. Ich persönlich konnte mich sehr, sehr gut mit der Graphic Novel identifizieren. Es hat mich so ein bisschen daran erinnert, als wir damals in der Schule das Thema Nationalsozialismus hatte, habe ich eine Zeit lang versucht, mit meinem Opa, der ja auch im Zweiten Weltkrieg dabei war, darüber zu reden, was denn da nun alles so passiert ist. Er war zwar kein Jude, aber er war trotzdem mitbeteiligt im Krieg. Und ich fand es irgendwie verstörend auf der einen Seite damals für mich, dass mein Opa überhaupt nicht darüber reden wollte. Später habe ich dann natürlich verstanden, warum, als man da noch ein bisschen mehr mitbekommen hat, was denn da nun so alles abgegangen ist im Krieg. Dementsprechend fand ich die Thematik von dieser Geschichte höchst interessant und fand es auch höchst interessant, was für einen Einfluss dieses Reden, beziehungsweise Nichtreden, ja, ein bis zwei Generationen später genommen hat. Und finde das eine wirklich gute Graphic Novel auch zu dem Thema Vergangenheitsbewältigung. Wer die Maus mochte, wird das, glaube ich, auch mögen, auch wenn es eine andere Art von Nationalsozialismusbewältigung, kann man das so nennen, ist. Ich persönlich würde dieser Graphic Novel 4 von 5 Sternen geben. Ja, was dann auch damit zusammenhängt, dass ich das Ende so ein bisschen sehr abrupt finde und ein bisschen komisch und irgendwie kein richtiges Ende. Trotzdem definitiv eine Leseempfehlung für jeden, der sich für das Thema so ein bisschen interessiert. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video und ich sage bis dahin. Tschüss!